Das ist ein Test. Ja! Geht in die fucking Party! Wow! Wer in der Hölle bist du? Hast du mich schraubt? Ich bin sehr froh, dich zu treffen. Und? Arbeitst du hier? Natürlich, ich arbeite hier. Wer in der fuck? Denkst du, ich bin? Okay, das ist doch nicht. Einen randomer Mann aus dem Klinik-Departement. Hey, fuck you! Okay, das ist mir jetzt auch neu, dass man hier auf dem Boden ein Portal machen kann. Das vereinfacht die Sache gleich noch ein bisschen. Bringt nur ein bisschen Wartezeit mit sich, in der ich schnell mal ein Schlückchen trinken kann. Ähm... Lecker! Das gibt es eigentlich schon wieder einen Sprung. Ich muss das Portal weiter rechts setzen. Okay, aber jetzt musst du schneller gehen. Welcome to the Test Chamber number 17. The experiment is there in the extreme ocean. We are required to remind you that Kate, who you served at the end of the test. Yeah! Kate at the fucking party. Wow! Who the hell are you? You scared me. I'm Eric. Please meet you too. And you working here? Of course I'm working here. Who the fuck do you think I am? I don't know. I don't know. To some random guy from the painting department. Hey, fuck you. Get off. Hey, what are you doing with that? Yeah. I can't do that. You're over to get there. Oh, fuck. Oh nein, das ist der Test, den ich beim letzten Mal angesprochen habe. Das wäre ungut, das wäre echt ungut. So, hier haben wir noch lauter Sachen. Oh, da kleine Gimmings und ein Companion Cube. Nein. Ja, doch gleich. Was ich jetzt schnell nochmal mache. Safen speichern. Du mich auch. Man muss nur schnell sein. Let me think about it. So. Und, müsst ihr getroffen haben. Ja, doch. Jetzt gehen wir nochmal hier lang. Okay. Now nochmal einen Quick-Safe hier. Weil ich mir gerade nicht sicher bin. Okay. Und da sind sie. Da muss man perfekt treffen bei der ganzen Sache gleich. Hm, man muss nur erst mal hinkommen. Und jetzt klingt, dass ich jetzt möchte. Aktiviert. Wer darf? Suche. Nacht. Tiefschlagen. Setz, mittel, Spieler. Naja, jetzt hätten wir wieder fast. Hey. Fahrer hoch. Wer darf? Noch was ist. Ich sehe dich. Ja, jetzt bin ich genau da, weil ich kann das ja mal demonstrieren. Vielleicht schaff ich es ja auch direkt beim ersten Mal. Oh mein Gott. Puh, oh mein Gott. So. Ja. Ich habe ewig gebraucht, um das rauszukriegen. Aktiviert. Noch jemand da? Das war Turret No. 1. Das war Turret No. 1. Das war Turret No. 1. Was soll das? Du bist ein Fehler. Ich hasse dich nicht. Bitte lass mich runter. Suche. Okay. Schieße zu. Fahrer runter. Da müssen wir hin. Da brauchen wir den Cube. Okay. Da. Zack. So, den Cube brauchen wir genau. Ähm. Ähm. Nur mal kurz gucken. Das ist nicht vielleicht auch schon so gut. Tatsächlich. Genau. Jetzt brauchen wir die Platte da. Ähm. Zack. 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 Okay. Schon mal soweit alles vorbereiten. Knopf drücken und weg. Ach. Verflucht. Und geschafft. Boah. All right. You did it. You reached the AT through. An dem Test habe ich damals bei so 30 Stunden anderthalb gesessen. Finally. A test subject reaches my two favorite test chambers. Ja. Also auf jeden Fall eeeweg. Puh. Ist dem Erfolg. Muss man sich ja mal was gönnen, nicht wahr? So. Mal sehen. Sehr zahm. Welcome to the mighty AT through. I can't wait to see what will happen. Message in general interest. Every employee of the HPDT three sector are required to seize their activities now and head out to the AS 14 meeting room in order to be briefed on the crucial events that will take place in the upcoming hours. Thank you and have a nice day. Corp. What? No way. Don't be so surprised. We knew it would happen. Sooner or later. Sooner or later? Yeah, maybe. But why now? Look. Someone's about to finish the test. For the very first time. We can't cancel everything this way. Well, I don't really appreciate you, but I must agree with that. I have an idea. Wait a minute. Okay. Okay. Badum, badum. Hier sind wir. Alles klar. Nein, nicht der Test. Der ist böse. Weil, Companion Queue. Und wir müssen diese Gitter hier öffnen. Wir öffnen sich über diese Druckknöpfe hier. Und da müssen wir jetzt erstmal ganz kurz gucken, welcher was öffnet. So, der öffnet Nummer 2. Ah, der Cube ist schon mal verloren. So. Der ist Nummer 4, der da hinten ist Nummer 2. Ach so. Ach so. Okay. Wahrscheinlich. Wichtig zu treffen. Hm. Zack. Geschafft. Ach so, der macht 1 Grid weg. Was öffnest du? Du öffnest Nummer 1. Okay. Dann haben wir also 1, 2, 3, 4. Gut. Gut. Hier ist auch schon mal 1 und ein Grid weg. Hm. Eronie. Man könnte den Test lösen. Ach genau, man braucht den Cube. Ich erinnere mich. Man muss den Cube mitnehmen. Hm. Okay, das ist alles anders. So, das war das nächste Grid. Da war es nur noch 1. Ähm. Well. Let's see, what we can do here. Now man muss den Cube mitnehmen. Um. So. Oh, das war hier irgendwo langmuster. Oh, ich wurde hier. Kann man rauf. Oh, das war. Oh. fark gerade musical.